Sehr geehrter Herr Premierminister Nguyen, sehr geehrte Frau Botschafterin, Exzellenzen, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, meine sehr verehrten Damen und Herren! Verstehen Sie mich, Herr Premierminister? Nein? Dann versuchen wir es noch einmal. Haben Sie jetzt die vietnamesische Übersetzung am Ohr. Noch einmal ein herzliches Willkommen, geehrter Herr Premierminister Nguyen, Frau Botschafterin, Exzellenzen, sehr verehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie im Namen der Körberstiftung hier in Berlin begrüßen zu dürfen. Seit mehr als 50 Jahren fördert die Körberstiftung den internationalen Dialog. Dabei stand und steht das Gespräch miteinander und nicht übereinander im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Das Ziel war und es ist es weiterhin, sich verstehen zu lernen, um sich dann auch verständigen zu können. Schon seit vielen Jahren wird unter dem Stichwort des asiatischen Jahrhunderts über eine Verschiebung des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Epizentums von Europa und Amerika nach Asien diskutiert. Innerhalb einer Generation haben sich viele asiatische Staaten von armen Häusern zu schnell wachsenden globalen Wirtschaftsnationen entwickelt. In Asien leben mittlerweile rund 60 Prozent der Weltbevölkerung. Diese Bevölkerungsmehrheit wird wohlhabender, gebildeter und innovativer. Die Länder Asiens erwirtschaften heute bereits fast ein Drittel der globalen Wertschöpfung. Wachstumsraten von über 6 Prozent, von denen wir in Europa nur träumen können, sind dort an der Tagesordnung. Auf diese Veränderungen müssen wir uns in Europa einstellen, meine Damen und Herren. Aus diesem Grund haben wir uns in der Körperstiftung vor einigen Jahren entschieden, das Augenmerk unserer Aktivitäten im Bereich internationale Politik auf Asien zu richten. Dabei beschäftigen wir uns nicht nur mit dem Aufstieg Chinas, sondern wir haben die ganze Region im Auge. Ein Blick auf einige ausgewählte Veranstaltungen im letzten halben Jahr verdeutlicht diesen Ansatz. Im März haben wir den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu Gast gehabt und mit ihm diskutiert. Jüngst waren der philippinische Präsident Aquino sowie zwei hochrangige Politiker aus Myanmar zu Gast. Staatspräsident Tain Tsai und Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Im vergangenen Jahr waren wir mit unserem Bergedorfer Gesprächskreis, dem ältesten Projekt unserer Stiftung, in Indonesien und haben uns der Frage nach Frieden und Sicherheit in Asien-Pazifik gewidmet. Und in wenigen Wochen werden wir mit dem Bergedorfer Gesprächskreis in Hamburg das Thema die Verantwortung globaler Handelsmächte im asiatischen Jahrhundert mit vielen asiatischen und europäischen Politikern, Think Tankern und Wissenschaftlern diskutieren. Meine Damen und Herren, Asien ist heute nicht nur das Powerhouse der Weltwirtschaft, sondern auch ein komplexer und spannungsreicher Hotspot der internationalen Sicherheitspolitik. Die Sozialistische Republik Vietnam spielt in der Region eine, wie soll ich sagen, eine eigenständige Rolle. Zwischen Vietnam, China und anderen Anrainerstaaten im südchinesischen Meer besteht eine Vielzahl territorialer Konflikte, die in der Vergangenheit schon Menschenleben gekostet haben. Manchmal hat man als europäischer Beobachter den Eindruck, dass es nur einen Funken braucht, um eine unkontrollierbare Eskalationsspirale in Gang zu setzen. Wir brauchen also Ideen und Konzepte, wie diese Konflikte auf friedlichem Wege gelöst werden können. Internationalen Mechanismen zur Streitbeilegung kommt dabei aus unserer Sicht eine sehr zentrale Rolle zu. Es gibt aber auch Chancen und Herausforderungen der inneren Entwicklung. Wie viele andere Länder kämpft auch Vietnam mit der Bewältigung der Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise, mit einer steigenden Inflationsrate und mit dem notwendigen Strukturwandel der Wirtschaft. Trotzdem sieht die Bevölkerung mit sehr großem Optimismus in die Zukunft. 94 Prozent sind der Überzeugung, dass die Kinder später einmal finanziell besser dastehen werden als ihre Eltern. Mit diesem unbändigen Optimismus nimmt Vietnam weltweit eine Spitzenstellung ein. Die Fortschritte, die der UN-Menschenrechtsrat Vietnam Anfang des Jahres bei der Armutsbekämpfung und der Schulbildung attestiert hat, spielen dabei sicherlich eine große Rolle. Der Menschenrechtsrat hat aber auch die Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit kritisiert. Sie selbst, sehr geehrter Herr Premierminister, haben Anfang des Jahres mehr Demokratie für Ihr Land gefordert. Wir sind gespannt und hoffen, heute Abend mehr darüber zu erfahren. Meine Damen und Herren, der amerikanische Außenminister John Kerry hat jüngst anlässlich des ASEAN-Außenministertreffens, wie ich finde, zu Recht betont, was in dieser Region vorgeht, betrifft jeden in der Welt. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute Abend hier in Berlin, wenn Sie so wollen, im fernen Europa über die sicherheitspolitischen Chancen und Herausforderungen in Asien diskutieren können. Ich danke dem Premierminister für seine Bereitschaft, sich nach der Rede, wie das bei uns üblich ist, unseren Fragen zu stellen. Und ich danke Ihnen allen, meine Damen und Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben und freue mich, Sie heute alle als unsere Gäste begrüßen zu können. Herr Premierminister Nguyen, ich bitte Sie nun, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Applaus Sehr geehrter Herr Dr. Klaus Wehr, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Botschafterinnen und Botschafter, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst möchte ich der Körperschüttung ganz herzlich dafür danken, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit zahlreichen Politikern und Politikwissenschaftlern von Deutschland über die Herausforderungen für den Frieden, die Sicherheit und die Entwicklung im Asien-Pazifik, sowie über die deutsch-vietnamesische strategische Partnerschaft im gesamten asiatisch-europäischen Kontext auszutauschen. Unser Dialog findet statt im Rahmen der Initiativen über Dialog, über Philosophie, über Dialog für Frieden, Zusammenarbeit und Verständigung, ganz im Sinn von Herrn Kurt Körber, dem Gründer der Stiftung. Meine Damen und Herren, Frieden, Kooperation und Entwicklung sind immer noch die prägenden Tendenzen weltweit. Die Weltwirtschaft hat die Krise hinter sich gebracht und befindet sich nun auf dem Prozess der nachhaltigen Konjunkturbelebung. Dennoch wird unsere Welt mit vielen Sorgen und Herausforderungen mit unabsehbaren Folgen konfrontiert. Die Gefahren der militärischen, territorialen Konflikte, der Gewaltanwendung, sowie der Drohung der Gewaltanwendung, die Zunahme des internationalen Terrorismus, sowie die nicht-traditionellen Sicherheitsherausforderungen, nämlich Klimawandel, Seuche, Wassersicherheit etc. verschärfen sich als je zuvor. In den vergangenen Jahren stieg die asiatisch-pazifische Region als Entwicklungs- und Verbindungsimpuls der globalen Wirtschafts-Emport. Asien-Pazifik ist neues Marktzentrum, neues Wirtschaftszentrum mit 55 Prozent des globalen Bruttoinlandprodukts und spielt eine wichtige Rolle im Bildungsprozess der zukünftigen Weltordnung. Aber auch diese Region birgt viele Schwierigkeiten und bemerkenswert, wie etwa die Brennpunkte, wie etwa den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel, die territorialen Streitigkeiten, vor allem im Ostmeer und im ostchinesischen Meer. Besorgniserregend ist vor allem der Mangel des Vertrauens der ausschlaggebende Faktor, der den Frieden und die Stabilität in der Region unnachhaltig macht. Wenn das Friedenssicherheit und das Entwicklungsumfeld von Asien-Pazifik verschlechtert würde, so würde es auch negative Konsequenzen vom unermesslichen Ausmaß für die Welt mit sich ziehen. Und umgekehrt, und wenn es nicht passieren würde, dies wäre wirklich große Freude für uns alle. All diese Herausforderungen bedürfen der Verantwortung und der hohen Bemühungen von jedem Staat, der Region und auch weltweit. Und kein Einzelstaat, auch keine Supermacht, wäre allein imstande, diese Probleme zu überwältigen. Um den Frieden und die Stabilität in jeder Region nachhaltig aufrecht zu erhalten, so sehe ich die Notwendigkeit des guten Willens und der Aufteilung der Verantwortung von allen Staaten. Jede Nation, auch groß oder klein, soll nicht nur die eigenen Interessen berücksichtigen, sondern auch Acht geben auf die gemeinsamen Angelegenheiten im Kontext des internationalen Völkerrechts und auch die Interessen anderer Länder berücksichtigen. Das ist das Fundament für die Schaffung der gemeinsamen Erkenntnisse für alle Länder, damit sie die bilateralen Beziehungen vertiefen, die Kooperationsmaßnahmen fördern, das Vertrauen bilden und die Konflikte lösen im Einklang mit dem internationalen Völkerrecht und der UN-Charta. Alle Länder müssen die Rolle der multilateralen Institutionen achten und sich Hand in Hand dafür einsetzen, eine regionale Institution stabil und nachhaltig zu bilden, die sowohl im Fundament für die Kooperation als auch Instrument für die effektive Bewertung der Gefahren und Herausforderungen ist. Meine Damen und Herren, wir sind uns dessen bewusst, dass der Frieden und Entwicklung Vietnams eng mit dem gemeinsamen Frieden und Wohnstand in der Region verknüpft ist. Wir setzen höchste Priorität auf die Aufrechterhaltung des Friedens, um das Land aufzubauen und den Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern. Und zugleich das verantwortungsvolle Engagement für die Lösung der gemeinsamen regionalen und internationalen Probleme aufzubringen. Nach fast 30 Jahren der Erneuerungspolitik konnte Vietnam die Planwirtschaft zur aktiven Marktwirtschaft ausbauen, Marktwirtschaft mit sozialistischer Ordnung ausbauen. Aus einem kriegsgeschädigten Land ist Vietnam ein Land mit dem mittleren Einkommen geworden. In 25 Jahren von 1986 bis 2010 konnten wir Wachstumsrate von durchschnittlich 7 Prozent pro Jahr verzeichnen. Trotz der globalen Wirtschaftskrise konnte ein Wirtschaftswachstum von 5,6 Prozent in den Jahren 2011 bis 2013 erreicht werden. Und 2014 veraussichtlich von 6 Prozent mit dem Pro-Kauf-Einkommen von mehr als 2.000 US-Dollar. Und das politische Umfeld und die Makroökonomie wird weiterhin stabilisiert. Und Vietnam konnte viele gesetzten Millenniumsentwicklungsziele in der Armutsbekämpfung vorsichtig erreichen. Vietnam ist weiterhin bemüht, den Rechtsstaat auszubauen, um das demokratische Recht der Bevölkerung zu entfalten und weiterhin die marktwirtschaftlichen Institutionen zu vervollständigen. Die Wirtschaft umzustrukturen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, mit dem Ziel, dass in den Jahren 2016 bis 2020 Bruttoinlandsprodukt von 6 bis 7 Prozent erreicht wird. Vietnam nimmt aktiv am Integrationsprozent in der Welt teil, wobei die Wirtschaftsintegration die Haupt-Kip-Kip ist. Seit 2007 ist Vietnam Mitglied der Weihandelsorganisation seit 2007. Und bisher haben wir 8 Freihandelsabkommen unterzeichnet und tragen 8 Tipps bei zur Gründung der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 2015. Wir arbeiten gerade an 6 weiteren Freihandelsabkommen mit hohen Standards. Und am wichtigsten ist das Transpazifische Handelsabkommen, TPP und das Freihandelsabkommen Vietnam-EU. Neben den Schwierigkeiten, außer Schwierigkeiten und Herausforderungen hat die internationale Integration Vietnam viele günstige Pforten für die Beschleunigung des Entwicklungs- und Reformprojekts und für die Teilhabe an der globalen Produktion und Wettenkette geöffnet. Vietnam ist aktives und verantwortungsvolles Mitglied in zahlreichen multilateralen Foren wie UNO, ASEAN, APEC, ASEM, WTO. Also, wir haben bereits mit der Aufnahme der Friedensmission der Vereinten Nationen begonnen. Und außerdem sind wir beteiligt an dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen am Board of Governors der IAEA. Die jetzige Situation und Lage von Vietnam erlauben uns eine Kehrtwendung von der aktiven Beteiligung zum aktiven Beitrag zur Bildung der gemeinsamen Spielregeln, was unsere Verantwortung gegenüber den regionalen und internationalen Angelegenheiten und Herausforderungen verdeutlicht. Wir verfolgen die Außenpolitik der Wahrung, der Unabhängigkeit, Diversifikation, Multilaterisierung mit dem Motto Vietnam ist ein vertrauensvoller Freund und Partner der Staaten für Frieden und Entwicklung. Vietnam bemüht sich die multilateralen freundschaftlichen Beziehungen und der Bildung der Vertrauen für die Zusammenarbeit von gemeinsamen Nutzen mit allen Partnern, vor allem mit den Nachbarländern, mit den strategischen und umfassenden Partnern und traditionellen Partnern zu fördern. Die einheitliche Außenpolitik von Vietnam ist der Versicht auf eine Allianz mit einem Staat gegen den anderen. Wir kämpfen unbeherrlich für berechtigte Interessen und zugleich wollen wir aufrichtig den Wohnwohlen zum Ausdruck bringen. Ein langfristiges Vertrauen auf der Basis der UN-Charta, des internationalen Rechts, auf der Basis des Rechtsprechens der Souveränität und der territorialen Integrität und auf der Basis der Konfliktbeilegung durch friedliche Maßnahmen. Wir begrüßen jede Außenpolitik der Großmächte für Asien und Pazifik, wenn diese Außenpolitik auf der Basis von gleichberechtigter Zusammenarbeit im Gegenseitigen Nutzen, das internationale Recht und regionale Institutionen respektiert und nicht zwangvoll und willkürlich ist, und so wie wenn diese Außenpolitik die Souveränität und territoriale Integrität der Länder nicht verlässt. Als aktives Mitglied der ASEAN Wirtschaftsgemeinschaft, die 2015 ins Leben gerufen wird, achtet Vietnam sehr auf die Zukunft der regionalen Struktur und der zentralen Rolle der ASEAN. Diese Struktur nimmt gerade Gestalt mit vielen Institutionen, wie zum Beispiel der East Asian Summit, EAS, ASEAN Regional Forum, die erweiterte Verteidigungsministerkonferenz. Eine nachhaltige Gewährleistung für den Frieden, für die Stabilität und Entwicklung in der Region und in Asien und Pazifik, setzt eine gesicherte Struktur mit einem System von Prinzipien, Springregeln und Institutionen voraus, die machbar und im Einklang mit dem internationalen Recht sind. In dieser Architektur muss ASEAN weiterhin die Zentralrolle und Begleitungsrolle behaupten, in dem ASEAN imstande ist, den Teilnehmerstaaten eng zu verbinden und das strategische Vertrauen zwischen ihnen zu bilden. Eine aktuelle Frage, die viel Aufmerksamkeit auf sich sieht, ist die komplizierte Spannung im Ostmeer. Frieden, Stabilität, Sicherheit, Maritime und Luftfahrtfreiheit im Ostmeer ist vom Nutzen für alle Länder, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Region. Diese Region verfügt über die internationale Wasserstraße, auch der fast 50 Prozent der globalen Güter, vor allem zwischen Europa und Ostasien, befördert werden. Die Spannungen in der letzten Zeit haben deutlich gezeigt, dass diese Nutzen nur gewährleistet werden können, wenn alle beteiligten Staaten in der territorialen Frage um das Ostmeer strich das internationale Recht und die Seerrechtskonvention von 1982 respektieren müssten. Sie müssen sich darum bemühen, keine einseitigen Handlungen auszubauen und keine weiteren Komplikationen zu verursachen. Und sie müssen auch das Prinzip der Nichtanwendung der Gewalt und das Prinzip der Nichtdrohung mit Gewalt achten und sich an die gemeinsame Absichtserklärung der Anreinerstaaten im Ostmeer-Leosee-Einhandel sowie den baldigen Verhalten-Kodex-Coc zustande bringen. Von der Tradition der Gastfreundschaft und Toleranz sowie von der einheitlichen Außenpolitik geprägt, verfolgt Vietnam geduldig das Prinzip der Lösung der Streitigkeiten durch friedliche Maßnahmen auf dem Fundament des internationalen Rechts und der Verhaltensregeln in der Region. Einerseits verteidigen wir die heilige Souveränität des Landes im Einklang mit dem internationalen Recht. Andererseits verhalten wir aktiv, entsprechen und um jede Möglichkeit zu bemühen, um die Situation zu entschärfen, das Vertrauen wiederherzustellen, die Freundschaftsarbeit zu führen und den Dialog vorzusetzen und eine langfristige Lösung für die Frage Ostmeers zu suchen. In der vergangenen Zeit bekam Vietnam starke Befürwortung von der internationalen Gemeinschaft, von zahlreichen Regierungen, von G7, von der Europäischen Union, von den Vereinten Nationen für die gerechte Position von Vietnam in den Ostmeerfragen. Daher möchte ich diese Gelegenheit dafür nutzen, den internationalen Freunden und in Europa, darunter auch Deutschland, für das aktive Engagement zu danken, denn damit wurde der Beitrag für den Frieden, für die Sicherheit und für die Region in der Region und Intervent geleistet. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Nach all den Jahren der politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa und weltweit hat Deutschland seine führende Rolle behaupten können. Deutschland ist nicht nur eine Wirtschafts-Lokomotive, die die europäische Wirtschaft aus der Krise heraus sieht, sondern hat eine aktive und wichtige Stimme für die Aufrechterhaltung der politischen und Sicherheitsstabilität in Europa und weltweit. Vietnam unterstützt daher ein starkes Deutschland mit der aktiven und verantwortungsvollen Rolle in den Frieden, Sicherheit und Entwicklungsfragen. Vietnam und Deutschland, trotz der geografischen Distanz und der Differenz im sozioökonomischen Entwicklungsstand, haben Deutschland und Vietnam etliche Schwierigkeiten überwunden, damit die Bevölkerung bei den Ländern im Frieden leben und seine guten Beziehungen unterhalten. Die deutsche Bevölkerung hat der vietnamesischen Bevölkerung großartige Unterstützung im Kampf um die Unabhängigkeit und Freiheit gewährt. Die bilaterale Beziehung zwischen beiden Ländern wird auf starkem Fundament gebaut und erlebt die Blüte seit der Begründung der strategischen Partnerschaft im Jahr 2015 und im Jahr 2015 feiern wir den 40. Jahrestag der diplomatischen Beziehung. Das Ausmaß und die Tiefe der strategischen Partnerschaft zwischen Deutschland und Vietnam ist gekennzeichnet durch den Austausch der hochrangigen Delegationen, durch die Dialogmaßnahmen auf allen Ebenen und durch die substanziellen Inhalte der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investition, Entwicklungszusammenarbeit, Politik, Diplomatie, Verteidigung, Kultur, Bildung und ferner sind beide Länder eng verbunden durch die aktive Zusammenarbeit in den internationalen Foren wie UNO, ASEAN, ASEAN, EU. Deutschland ist zurzeit der größte Handelspartner von Vietnam in Europa. Die bilaterale Handelsbilanz beläuft sich jetzt auf fast 8 Milliarden Dollar und nimmt somit mehr als 20 Prozent der gesamten Handelsbilanz zwischen Vietnam und der EU ein. Deutschland ist auch einer der größten Entwicklungsgeber für Vietnam. Wir begrüßen die Investitionsströme von Deutschland in zahlreichen FDI-Projekten, die von modernen und umweltfreundlicher Technik geprägt sind. Es sind hier zu nennen die großen Konzerne wie etwa Siemens, Mercedes-Benz, Bay Brown, Allianz und Bosch. Zurzeit studieren mehr als 4.000 Vietnameser Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen, auch die Gemeinschaft von mehr als 100.000 Vietnameser in Deutschland und eine gleiche Anzahl derer, die darunter viele Studentengenerationen in Deutschland, die in Deutschland gelebt und gearbeitet haben, sind eine große Bereicherung für den Wohnstand des Landes und für die gute bilaterale Beziehung. Heute hatten Frau Buddez-Kanzlerin und ich eine sehr erfolgreiche Konsultation und wir konnten uns einigen auf die Maßnahmen und konkreten Aktionen planen, um die bilaterale strategische Partnerschaft effektiv und substanztiv zu vertiefen. Wir konzentrieren uns auf fünf Bereiche, nämlich strategische Diplomatie, Politik, Handel und Investition, Justiz und Recht, Entwicklungszusammenarbeit, Umweltschutz, Bildung, Technologie, Kultur, Media und Soziales. Vietnam und Deutschland werden die bilateralen Dialogformate ausbauen und die Inhalte der Zusammenarbeit fördern für die nachhaltige Entwicklung, vor allem in den Bereichen, die zu den Stärken von beiden Ländern zählen und wo Bedarf besteht. Die Beispiele dafür sind grüne Technologie, Gewerbeproduktion, öffentlicher Verkehr, Bank- und Finanzwesen, Konsumgüter, Meeresfrüchte etc. Im Jahr 2015 feiern Deutschland und Vietnam den 40. Jahrestag der diplomatischen Beziehung und daneben feiern Vietnam und die EU den 20. Jahrestag der Unterzeichnung des Arbeitsrahmens. Ich bin sehr erfreut über die Entwicklungsschritte in der Beziehung EU-Vietnam, die von Deutschland auch getragen wird. Vietnam würdigt die Bemühungen und den Wohlenwohlen Deutschlands in den Verhandlungsprozessen über das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen PCA und nun über das Freihandelsabkommen Vietnam-EU. Am 13. Oktober in Brüssel haben Herr Rastpräsident Barroso und ich geeinigt auf die Richtlinie zur Beendigung der Vietnam-EU-Freihandelsabkommen zur Beendigung der Verhandlung über das Freihandelsabkommen EU-Vietnam mit Hauptvorhaben der Unterzeichnung am Anfang 2015. Der 10. ASEM-GIFL in Mailand bietet die Gelegenheit zur gemeinsamen Beratung über die strategischen Arbeitsinhalte zwischen beiden Kontinenten und weltweit. In diesem Prozess fungiert die Zusammenarbeit Asien-EU als Kern und trifft Kraft der Zusammenarbeit zwischen beiden Kontinenten. Unsere beiden Länder, Vietnam und Deutschland, sind aktive Mitglieder in der jeweiligen EU und Asien und wir müssen noch enger kooperieren, um der Beziehung und Zusammenarbeit Asien-EU starken Impuls zu verleihen und somit den Beitrag für den Frieden, Stabilität und Wohlstand in beiden Kontinenten zu leisten. Diese Entwicklung findet die Rückwirkung auf die bilaterale Beziehung Deutschland und Vietnam und kann somit einen größeren Raum für strategische Partnerschaft verschaffen. Liebe Freunde, Anfang 2015 wird der deutsche Akademische Austauschdienst zum Jubiläumsjahr einer testimonialen Reihe mit Alumni aus Deutschland herausbringen. Dafür werden Poster und Broschuren gedruckt mit Bildern und bewegenden Erzählungen der Familien, wo zwei, drei Generationen in Deutschland gelebt und gearbeitet haben. Auch wenn man in Vietnam lebt, kann man auch zum Goethe-Institut gehen und auch bald zum Deutschen Haus in Ho Chi Minh-Stadt, um Deutsch zu lernen, um die deutsche Sprache zu lernen, die deutsche Kultur genannt zu lernen. Und es ist für manche Leute einfach eine Erinnerungstour in die deutsche Vergangenheit, wo sie früher gelebt mit deutschen Freunden haben. Das sind die lebendigen Beweise der humanitären Beziehung zwischen den friedlich liebenden Menschen unserer beiden Länder. Das sind die Illustrationen über... Und das ist auch ein festes Fundament für das Gedeihen der deutsch-vietnamesischen Beziehung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmals. Vielen Dank. Herr Premierminister, lassen Sie mich zunächst Ihnen nochmal herzlich für Ihre Ausführungen zur Außenpolitik Vietnams danken und für Ihre Ausführungen zu den Chancen in den deutsch-vietnamesischen Beziehungen. Ich freue mich sehr, dass wir hier auf der Bühne die Möglichkeit haben, mit Ihnen noch ein Gespräch zu führen. Und im Anschluss auch, sehr verehrtes Publikum, die eine oder andere Frage von Ihnen beantworten zu können. Unser Thema heute Abend ist eigentlich die Außen- und Sicherheitspolitik in Ihrer Region. Ich möchte aber mit einer anderen Frage beginnen. Herr Wehmeyer hat das in seinen einführenden Worten erwähnt. Sie haben, wie ich finde, eine sehr bemerkenswerte und sehr spannende Neujahrsansprache gehalten. Anfang 2014 eine sehr spannende Rede, in der Sie mehr Demokratie, mehr Transparenz, mehr Rechenschaft des Staates gegenüber seinen Bürgern fordern für Ihr Land. Sie sprechen von direkter Demokratie, von repräsentativer Demokratie in dieser Rede. Und ich möchte Sie fragen, wie muss man sich eigentlich in einem politischen System, in dem eine Partei die Herrschaft hat, solche Elemente der direkten und repräsentativen Demokratie vorstellen? Und die andere Frage, die damit verbunden ist, welche Schritte haben Sie seitdem unternommen? Vielleicht können Sie uns ein oder zwei Beispiele geben, um diese Elemente oder diese Forderungen, die Sie erhoben haben, einzulösen. Ja, meine Damen und Herren, Ich denke, Menschenrechte, Freiheit, Demokratie sind die unausweichlichen Tendenzen der Menschheit. Vietnam ist auch keine Ausnahme für diese Tendenz und auch für diesen selbstverständlichen Bedarf der Menschheit. Daraufhin wird in unserer Verfassung, in unserer Gesetzesordnung sowie in allen politischen Linien auch verankert, dass die Demokratie sowohl als auch das Ziel der Entwicklung der vietnamischen Gesellschaft ist. Und zurzeit arbeiten wir zügig an dem Ausbau oder an der Vervollständigung der Rechtsstaatlichkeit und der Vervollständigung der machtwirtschaftlichen Institutionen, damit wir die Freiheitsrechte der Menschen entfanden lassen können. In allen Bereichen, sei es Demokratie, Politik, Kultur oder natürlich Demokratie ist auch verknüpft mit dem Gesetz, mit der Ordnung. Ja, die Demokratie und Freiheit eines anderen darf nicht verlassen, die Freiheit und Demokratie des anderen. Und die vietnamische Gesetzesordnungen gewährt dieses Prinzip. Und das politische System von Vietnam gewährt einerseits die direkte Demokratie von der Bevölkerung, andererseits auch die repräsentative Demokratie durch zahlreiche Behörden. Und das entspricht dann dem historischen Hintergrund sowie dem kulturellen Hintergrund von Vietnam. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben Sie seit Januar Maßnahmen unternommen? Erlauben Sie mir die kurze Nachfrage. Haben Sie seit Ihrer Rede im Januar Maßnahmen unternommen, um die direkte Demokratie weiter zu stärken? Die wichtigste Aufgabe unseres Landes ist die Verfassungsreform. Die Verfassungsreform wurde dann von unserem Parlament genehmigt. Und in der Verfassung wird dann auch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Freiheitsrechte der Bevölkerung verankert. Und Sie sollen dann unsere neue Verfassung vielleicht suchen, um zu lesen. Sie haben in Ihrer Rede betont das Prinzip der Beachtung des internationalen Rechtes, wenn es um die Territorialkonflikte im südchinesischen Meer geht und auch die Wichtigkeit multilateraler Institutionen. Nun haben Sie einen großen Nachbarn, der eine etwas andere Auffassung verfolgt, wie mit diesen Konflikten politisch umgegangen werden soll. Nämlich, dass diese Konflikte eher bilateral mit den einzelnen Ländern verhandelt werden sollen. Und China erkennt auch nicht die Zuständigkeit der internationalen Gerichte an, was die Behandlung dieser Konflikte angeht. Wie können Sie, wie kann Vietnam als ein Land, das ja sehr viel kleiner ist als die Weltmacht China, den großen Nachbarn davon überzeugen, eine andere Position einzunehmen? Ja, liebe Freunde, wir sind der Meinung, dass die Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Staaten in allen Bereichen, sowohl auch in Territorialstreitigkeiten durch rechtliche Maßnahmen, durch die Gerichtbarkeit auf dem Fundament des internationalen Rechts, auf dem Fundament des Rechts, dieses soll man dann transparent und offen machen. Ich halte das für eine Maßnahme oder für eine friedliche Maßnahme zur Streitbeilegung, eine progressive und humanitäre Maßnahme für die Streitbeilegung. Um China zu überzeugen, auch diese Prinzipien anzuerkennen in seiner Politik. Also wenn, dann würde ich Sie bitten, China dann auch zu überzeugen. Und ich darf Sie auch alle Freunde bitten, hier China zu überzeugen. Ich möchte nochmal wiederholen, dass die Streitbeilegung zwischen den Staaten auch in territorialen Streitigkeiten am besten durch rechtliche Maßnahmen, durch schrittliche Institutionen eine sehr friedliche, progressive und humanitäre Maßnahme ist. Und das soll man auch offen und transparent machen. Also ich halte es für eine sehr gute Methode, die da von der Menschheit und von der Welt dann Unterstützung findet. Welche Partner Vietnam hat in der internationalen Politik? Nun haben die USA vor kurzem das Waffenembargo gegen Vietnam teilweise aufgehoben. Werden die USA, der ehemalige Kriegsgegner, zum neuen Sicherheitspartner ihres Landes? Vietnam und die USA haben die umfassende Kooperation und Partnerschaft gegründet. Und das bedeutet, dass wir zusammenarbeiten in allen Bereichen für Frieden und für Entwicklung. Deshalb sehen wir das ganz als Normalität, dass die USA ein Waffenembargo gegenüber Vietnam aufgehoben haben. Denn das ist ein Zeichen, ich denke, die USA hätten das schon früher machen sollen. Ja, als politische Zusammenarbeit geben zwischen beiden Ländern. Ja, ich möchte auch noch hinzufügen, dass die Aufhebung der Waffenembargo von den USA für Vietnam verlässt nicht das internationale Recht und verlässt nicht die Interessen anderer Länder. Und deshalb sehe ich das ganz als normal. Ich habe im Vorfeld Ihrer Rede auch über Twitter aufgerufen, dazu Fragen zu stellen. Und es haben einige Fragen erreicht an Sie. Ich möchte eine hier an dieser Stelle an Sie stellen. Sie kommt von Alaska 2001. Wie ist angesichts der aktuellen nationalistischen Tendenzen eine friedliche Lösung der Konflikte im südchinesischen Meer möglich? Das habe ich auch schon bereits erwähnt in meiner Rede. Ich wiederhole nochmals, Frieden, Stabilität und maritime Freiheit sind gemeinsame Nutzen für alle Länder in der Region und der Welt. Denn diese Region verfügt über die internationale Wasserstraße und 50 Prozent der Weltgüter werden auf dieser internationalen Wasserstraße befördert. Und es handelt sich vor allem um Güterverkehr zwischen Europa und Ostasien. Deshalb die Aufrechterhaltung des Friedens, der Stabilität und die Aufrechterhaltung der maritimen Freiheit im Ostmeer kommt allen Ländern in der Region und der Welt zugute. Es gibt keine andere Maßnahmen, um den Frieden zu erhalten, als dass alle Anrainerstaaten sich dann an das internationale Recht einhalten. Sie müssen strich die Seerrechtskonvention achten und die Absichtserklärung der Anrainerstaaten, der OEC, auch achten, die von Asien und China unterzeichnet wurde. Und sie dürfen keine weiteren Spannungen zeugen und sie dürfen auch keine Gewaltandrohung haben. Sie müssen nur, wenn sie die Streitigkeiten durch friedliche Maßnahmen, kann man auch den Frieden und die Stabilität und die maritime Sicherheit und Luftfahrtfreiheit im Ostmeer gewährleisten. Ich möchte an dieser Stelle gerne die Diskussion öffnen für Sie im Publikum und darf Sie bitten, Ihre Fragen zu stellen an den Herrn Premierminister. Wer möchte den Start machen? Bitteschön. Herr Ministerpräsident, Sie hatten darüber gesprochen, dass... Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Gerhard Will. Ich hatte bis zum Ende des vergangenen Jahres in der Stiftung Wissenschaft und Politik gearbeitet. Sie hatten darüber gesprochen, dass zur Lösung der Streitfragen das internationale Recht herangezogen werden sollte. Nun hat die philippinische Regierung Anfang letzten Jahres vor dem internationalen Seegerichtshof um die Klärung gewisser Begriffe, gewisser rechtlicher Voraussetzungen des internationalen Seerechts gebeten. Ich habe bislang noch keine Stellungnahme der vietnamesischen Regierung gehört, wie man sich zu diesem Schritt der philippinischen Regierung stellt. Ob man ihn unterstützt, ob man ihn anschließt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie hier etwas dazu sagen könnten, wie sich die vietnamesische Regierung zu diesem Schritt der philippinischen Regierung, eines ASEAN-Partners verhält. Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Philippinen sind ein unabhängiger Staat, Inselnstaat. Und dass die Philippinen diese Streitigkeiten mit China dann an den Seegerichtshof bringen, ist das eigene Sache von den Philippinen. Und die Position von Vietnam ist, wie ich gerade schon erläutert habe, wir, 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 uns ist auch dieser, uns ist der Frieden und die Souveränität sehr heilig. Und meine Damen und liebe Freunde, wir betonen nochmals, dass die Souveränität und Unabhängigkeit heilig sind. Wir werden alle Mittel dafür einsetzen, im Einklang mit dem internationalen Recht, um unsere Unabhängigkeit und unsere territoriale Integrität zu verteidigen. Und diese rechtliche Maßnahme, wie ich gerade erläutert habe, ist eine friedliche Maßnahme, die ich für sehr progressiv und für humanitär halte in den Streitigkeiten oder in der Konflikt, in der Streitigkeitbeilegung mit den Anreihenden Staaten. Vielen Dank. Zwei weitere Fragen, bitteschön, der Herr. Kambit Skawami vom World University Service. Ich wollte Ihnen, Herr Premierminister, recht herzlich danken, dass Sie an die vielen tausenden vietnamesischen Studierenden hier in Deutschland erinnert haben, die in den früheren Jahren hier studiert haben und jetzt in Vietnam wichtige Beiträge leisten. Vietnam hat ja 2008 die vietnamesisch-deutsche Universität gegründet, um nach deutschem Modell hier auch Erfahrungen, auch für die anderen staatlichen Universitäten zu transferieren. Ich denke, vielleicht können Sie dazu etwas sagen, dass diese vietnamesisch-deutsche Universität als Universität für die Region im südasiatischen Bereich eine wichtige Rolle der Völkerverständigung auch leisten kann, wenn Studierende aus den Nachbarländern diese Universität zukünftig auch stärker besuchen können. Schon jetzt gibt es ja viele aus den Nachbarstaaten, die dort studieren. Und deswegen denke ich, sind solche Initiativen, wo junge Menschen in der Region zusammenkommen können, ein wichtiger Beitrag, auch aus der deutschen Geschichte. Verhältnis Deutschland-Frankreich, Deutschland-Polen zeigt ja, dass gerade die jungen Menschen viele, viele Vorurteile abbauen können, wenn sie sich begegnen. Herr Premierminister, dann nehmen wir noch eine zweite Frage und dann können Sie beide Fragen zusammen beantworten. Bitteschön, der Herr. Ich heiße Pham Sita und lebe in Deutschland. Zuerst vielen Dank. Danke der Körperstiftung, dass eben diese Gelegenheit organisiert hat, dass wir eben diese Möglichkeit haben, direkt mit dem Ministerpräsidenten, auch dem Premierpräsidenten von Vietnam, da eine Frage zu stellen und auch dieser Austausch zustande kommt. Sinnheu. Ich habe eine Frage, was die Wirtschaft anbelangt. Vietnam hat das zum Sinn gesetzt, bis 2020 ein Industrieland zu werden. Bleiben Sie an diesem Zielvorhaben oder werden Sie das ändern? Und ein Industrieland muss auch über wichtige Industriezweige verfügen. Was ist denn der wichtigste Industriezweige in Vietnam? Denn von hier bis 2020 ist es nicht mehr so weit. Das hat die zweite Frage betrifft... Okay, danke. So, meine Damen und Herren, die Deutsch-Vietnamese-Universität wurde gegründet und wird nun in Betrieb genommen in Südvietnam, in Hocheminstein. Und das ist ein Leuchtturm in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Vietnam. Ich halte, also wir und die deutschen Freunde arbeiten eng an diesem Projekt, nach dem modernen deutschen Modell. Und zurzeit haben wir schon Tausende vietnamische Studenten an der Deutsch-Vietnamischen Universität. Und in ein paar Jahren werden wir noch 4.000 bis 5.000 Studenten erwarten. Und was erfreulich ist, dass es nicht nur vietnamische Studenten gibt, die dort studieren, sondern auch Studenten aus anderen Ländern. Und sie haben recht, also wenn die jungen Generationen studieren zusammen und tauschen miteinander aus und all das fördert dann das gegenseitige Verstehen und Verständigung. Und damit kann der Frieden oder die Sicherheit in der Region gefördert werden. Ich hoffe, dass die deutschen Freunde die Deutsch-Vietnamische Universität weiterhin unterstützen. Und heute Vormittag habe ich dann mit der Bundeskanzlerin sowie mit dem Bundespräsidenten und auch gerade mit dem Bundespräsidenten war die Deutsch-Vietnamische Universität ein zentrales Thema. Und beide Länder werden sich dafür einsetzen, dass diese Deutsch-Vietnamische Universität ein Symbol für die Deutsch-Vietnamische Freundschaft ist. Und die Frage, die Sie gerade gestellt haben, darf ich soweit beantworten, Vietnam bemüht oder Vietnam setzt zum Ziel, also nochmal, wird setzt zum Ziel, dass bis 2020 Vietnam so im Prinzip ein Industrieland, also ich sage mal im Prinzip, also im Prinzip oder grundsätzlich ein Industrieland mit moderner Technik ist, also das ist ein langer Prozess, bis wir dieses Ziel erreichen. Aber bis 2020 ist das nur das Grundsätzliche erreicht. Also zum Beispiel, wir haben es gerade 2014 und in der Wirtschaftsstruktur von Vietnam sind 40% der GDP aus der Industrie, 42% von der Dienstleistung, nur 18% von der Landwirtschaft. Wenn Sie das Gesamt, wenn Sie unser GDP oder Bruttoinstandsprodukt betrachten, dann haben wir dann 80% von Industrie und Dienstleistung. Aber ein Industrieland ist nicht nur auf die GDP zurückzuführen, sondern auf andere Kriterien, zum Beispiel Arbeitnehmerstruktur in der Industrie oder in Dienstleistung, zum Beispiel in der Energieindustrie, in der Raffinerieindustrie, in der Metallindustrie oder Gewerbeproduktion. Und erfreulich ist, dass die Industrie, dass das Gewerbe in der Produktion 90% in der Industrie nimmt und die Metallindustrie nimmt nur 19%. Aber das ist nur ein Schritt, also das ist nur ein Anfangsstadium und für die Industrialisierung und zurzeit konzentrieren wir uns dann auf die Umstrukturierung der Wirtschaft im Hinblick auf die Erhöhung der Kapazität sowie der Effektivität der Produktion, auf die Erhöhung der Wertschöpfung sowie dann auf die Erhöhung der Industrieteilhaber in dem Bruttoinstandsprodukt. Und wir bemühen uns dann auch auf die Umwandlung von der Verschiebung der Landwirtschaftsanteile hin zu den Wirtschaftsanteilen. Und Vietnam gibt sich weiterhin Bemühungen und neben den günstigen Bedingungen haben wir auch noch viele Schwierigkeiten. Und ich bitte Sie sehr, alle Freunde, die Vietnamesen, die in Deutschland gelebt haben, um Unterstützung. Und ich danke Ihnen. Jetzt ist die Zeit schon um. Noch einmal möchte ich der Körperstiftung allen anwesenden Kästen dafür, dass sie heute so zahnreich anwesend sind und dass sie dann meiner Rede voll sind. Leider bedauerlicherweise ist die Zeit viel zu kurz, aber wir kommen bestimmt noch mal zu Ihnen zurück und da werden wir uns dann noch länger unterhalten. Vielen Dank. Ich darf Ihnen auch im Namen der Körperstiftung herzlich dafür danken, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, hier in Berlin eine außenpolitische Grundsatzrede zu halten. Und insbesondere trotz des straffen Zeitplanes, dass wir die Möglichkeit hatten, mit Ihnen hier noch die eine oder andere Frage zu diskutieren. Ich darf Sie, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich einladen im Anschluss an die Veranstaltung zu einem kleinen Empfang, wo wir das Gehörte noch weiter vertiefen können. Herzlichen Dank an Sie. Herzlichen Dank, Herr Premierminister.